Jud ist Jude! Das Mädchensbild ist längst aus meiner Seele, wenn es je da war. Doch eures ist aus ihrer Nähe. Was soll's nun aber da? Was soll's? Naja, wer weiß, die Mädchen sind nicht immer, was sie scheinen. Von einem Juden, von einem Juden hätte ich das gesagt. Das hättest du nicht von deinem Nathan gesagt. Jud und Christ und Muselmann, alles ist... Gut, und dieser Mann, dieser Mann soll Saladin nicht borgen. Nicht dem, Saladin, der nur für andere, nicht für sich braucht. Das seht doch gleich den Juden wieder. Ein Feind der Christenheit, der sich kein Recht erwerben könne, um euer Freund zu sein. Was für ein Glaube. Lügner. Was für ein Gesetz. Hat dir am meisten eingeläuftet. Hier ist ein Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nata? Nicht ihr Vater. Nata, nicht ihr Vater. Wisst ihr, was ihr sagt? Die Wahrheit. Der Jude wird verbrannt. Ja. El Yahudi, hole Hansi es. Ein Kind, von allen Glauben. Ihr seid alle drei. Betrogene, Betrüger. Jeder liebt sich selber nur am meisten. Eure Ringe. Wir haben das heute wieder. Partei. Alle drei. Nicht echt. Wir frei. Vertraue. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020